Hallo Schrauberfreunde, ich wollte euch heute mal zeigen, wie man denn ohne lästige Unterdruckuhren Vergaser synchronisieren kann. Eine recht genaue Methode, die ich euch gleich zeige. Zuerst wollte ich mich aber noch bei Susanne Hess bedanken, die mir dieses wunderschöne Schild gestickt hat. Ich werde einfach mal den Link zu ihrem Shop verlinken. Die macht so Stoffarbeiten, Jeans-Taschen, Dekorationen und sowas. Da könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen, falls ihr dann ein Geschenk braucht für eure Frau oder so. Ich meine, der Damenanteil auf meinem Kanal liegt glaube ich unter einem Prozent, deswegen ich bezweifle, dass ihr sowas selber braucht. Nun aber zurück zum Thema. Ich habe Vergaser geputzt, gereinigt von dem Motorrad, das ich mir gekauft habe. Da habe ich noch ein kleines Video, das werde ich dann eventuell auch mal noch raushauen. Was ich jetzt vor habe, ist zu kontrollieren, ob die Schieber hier dann bzw. die Drosselklappen synchron auf und zu machen, was starke Auswirkungen auf das Laufverhalten von dem Motorrad haben kann und noch hat. Schlechter Leerlauf usw. können die Folge sein. Schlechte Gasannahme usw. Und normalerweise klemmt man dann hier oben an diesen Anschlüssen, die hier zu sind. Hier ist normalerweise der Unterdruck vom Benzinhahn dran. Ja, klemmt man dann quasi diese Unterdruckuhren, die hier durch den Kanal dann Unterdruck ziehen können. Und bei laufendem Motor kann man dann auf den Uhren ablesen, ob denn die Drosselklappen alle gleichmäßig schließen. Und da sich dann ja unterschiedlicher Unterdruck aufbauen würde, würden sie unterschiedlich schließen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe in jede dieser Drosselklappen eine kleine Kugel reingelegt aus dem Kugellager. Und man müsste, man wird sehen, ob die Vergaser synchron sind, wenn man die Drosseln langsam aufmacht. Und wir werden gleich sehen, ob denn alle vier synchron sind. Das ist nämlich dann der Fall, wenn alle Kugeln gleichzeitig runterfallen. Na, wie man sieht, die hängt ein bisschen hinterher. Die muss ich also noch ein bisschen weiter aufstellen. So, wie muss ich stellen? Also, hier, ich gehe mal hier von der Seite ran, dann sieht man das besser. Hier an dieser Schraube, Ziel muss gelernt sein, wird das Drosselklappenverhältnis zu den anderen eingestellt. Und wie man hier sieht, ist die Feder vorbelastet. Und sie kam ein bisschen später. Also muss die Anschlagschraube noch ein Stück weiter rein. Das werde ich jetzt mal machen und dann probieren wir es nochmal. So, da sind wir wieder. Jetzt muss ich nur wieder die Kugeln finden. Ah, die habe ich hier reingelegt. Ich habe nachgestellt, eine halbe Umdrehung. Wir legen die Kugeln wieder rein. Und dann probieren wir es nochmal. Das sah doch schon gut aus. Ich wechsle jetzt noch einmal die Kugeln durch, um auszuschließen, dass es an unterschiedlicher Kugelgröße hängt. Du machst ja nicht den Abgang. So, dann mixen wir die doch mal durch. Perfekt. Und noch einmal. Perfekt. Die fallen genau gleichzeitig durch. Also ist der Vergaser richtig synchronisiert. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Bald geht es übrigens weiter an Renés Pumpe. Die hier neben mir verweilt unter einem hübschen Tuch. Zudem werde ich wahrscheinlich bald an meinem VW T3 Karman Gypsy Ventile einstellen müssen. Das wollte ich eigentlich auch filmerisch festhalten. Das sind so die Projekte, die jetzt kommen. Falls es mit der Kawasaki funktioniert, werde ich darüber natürlich auch ein Update-Video machen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach mal einen Daumen oben da und abonniere meinen Kanal, dass du nichts mehr verpasst. Also dann. Bis dann. Euer Dominik. Bis dann.